RCT-Radio-Comedy, the better way of Blödsinn. Der Werner ist echt ein komischer Kauzey, der meint, dass ich gesagt habe, diese tolle Reise werde ich nie vergessen. Ich frage mich nur, welche Filme der Junge immer zieht. Vor allem würde ich gut reisen, nie vergessen. Ach, lass den Armirn, Alter. Du wirst doch auch, wenn einer auf eine Reise geht, ist meistens alles schon zu spät. Außerdem würdest du mich doch sicher auf so eine Reise mitnehmen, oder? Und wenn du dich nicht an die Reise erinnern könntest, ich würde sowas doch nicht vergessen. Niemals, ich habe ein Gedächtnis wie ein Iltis. Und wenn du es vergisst, würde ich es wissen. Na egal, lassen wir den Armirn mal hier stehen, der wird nachher wieder ankommen und Freibier wollen. Sag mal, wem hast du denn eigentlich vorhin telefoniert? Gute Frage. Ich glaube, ich habe Gabi gesagt, sie soll Caro sagen, dass es später wird, weil wir hier was trinken gehen. Du bist echt ein Kumpel, Alter. So macht sich Caro keine Sorgen. Echt genial. Das ist wahre Freundschaft. Aber du, Lenny, so eine Reise durch Europa, das wäre doch echt mal was Tolles. Ich meine, der schiefe Turm von Pisa oder Venedig oder Prag. Prag soll berühmt sein für seine Nutten. Ja, oder Moskau oder vielleicht sogar Dublin. Aber noch besser, nach England, zum Haus von der Queen. Das wäre es. Meinst du, die Jungs von Queen leben in so einer Art WG? Nicht die Rockruppe Queen, Mann. Die alte Schachtel Elisabeth, die wohnt doch in diesem Plast. Meinst du, die kann sich das auf Dauer leisten? Ich meine, das kostet sicher ohne Stange Geld. Irgendwie ist mir, als hätten wir das schon mal durchgehabt, das Thema. Ja, hm. Ja, oder Rom. Da könnten wir sogar mal deinen Kumpel, den Benedikt, besuchen. Das wäre doch mal was. Oder Frankreich. Oder sogar, boah, mein Traum, Griechenland. Ey, und stell dir vor, Norwegen, Finnland, Lenny und die wilden Wikinger. Aber egal, naja, typisch, Europa. Lenny, irgendwann machen wir das. Irgendwann. Und weißt du was, mein Bester, diese Reise werden wir nie vergessen, hey. Weil da werden wir so viel erleben. Ja, sowas Geiles kann man nicht vergessen, Alter. Das wäre es. Sowas wäre ein Traum. Naja, eventuell klappt es ja bei der nächsten ODL. Das wäre es. Ich spare jetzt schon mal für die Lose. Ich meine, wir kaufen einfach alle Lose. Und dann können wir ja nur gewinnen. Ja, genau. Oder wir schauen einfach mal den Grisky seine Sendung, ey, Alter. Der haut da massig Reisen raus. Und so ist das ein Must-Have, mein Bester. Meinst du, der kann man echt gewinnen? Naja, ich meine, man kann ja mal durchklingeln. Eventuell klappt es ja. Ja so, nun aber auch wenn ich schenke. Da bin ich bei. Da gehe ich hin. Boah, und irgendwas habe ich vergessen. Mensch, Mensch, Mensch. Ach, egal, wird schon nicht richtig gewesen sein. Hehe. Ne, ne, solange du deinen Namen nicht vergisst, ist alles in Ordnung. Na, wer das vergisst, der kann sich gleich die Kugel geben. Ganz genau. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.